Hallo Party People! Herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Wir laufen jetzt einmal los zu Full Art. Ne, warte mal, warte, machen wir nicht. Wir haben ja hier alles ausgedünnt, eigentlich, Theorie... Naja, den größten Teil. Wir haben wieder ein bisschen Leben. Okay, es sind alle wieder da. Es sind wirklich alle komplett wieder da. Wir haben noch keine Kiste geholt. Ähm... Ja, das habe ich mir irgendwie anders gesagt. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal schnell rein. Wir haben hier eine Kiste. Wir haben hier die Spezialkiste. Die will ich mir auf jeden Fall holen. Bevor wir zu Full Art gehen. Und hier war irgendwo noch auf irgendeinem Balkon oder sowas... War doch auch noch eine Kiste. Hier vorne. Also wir haben drei Kisten, die wir uns noch stibitzen wollen, bevor wir zu Full Art gehen. Jetzt ist die Frage... Wir haben ja keine Heil-Elixiere mehr. Wollen wir vorsichtshalber nochmal zu einem Händler. Haben wir einen in der Nähe? Nicht sichtbar. Ähm... Ja, äh... Fast um die Ecke, ne? Scheiße. Da wäre ja das Bruderschaftshaus dichter dran, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen trotzdem einmal zu dem Händler. Statten uns nochmal aus mit Heil-Elixieren. Und, äh... Dann kommen wir hier nochmal her. Holen uns... Wir machen nochmal eine Markierung, dass ich das hier nicht vergesse. Überhaupt. So. Dann holen wir uns jetzt nochmal ein paar Heil-Elixiere. Und dann gehen wir da nochmal rein. Wir müssen nochmal alles ausdünnen, leider. Ah, ärgerlich. Zumindest so weit ausdünnen, dass wir an die Kisten kommen, ne? Wir müssen ja nicht alles beseitigen. Obwohl wir können. Ah, ein bisschen schade jetzt, dass wir zweimal so weit laufen müssen. Oh, kleinen Moment. Mir fällt jetzt gerade ein, wir haben bei, ähm... Als wir da Wiesch die Artefakte gebracht hatten, haben wir uns gar nicht die Kiste geholt in dem Haus, wo ich das eine Mal gar nicht reinkam. Hm. Das ist irgendwie untergegangen. So, hier hinter... Sag mal... Obacht hier. Komm, ich? So. Ich finde, wir sind auch ziemlich gesetzestreu geworden, ne? Also wir machen ja bis auf die Attentate eigentlich keine, ähm... Begehen wir keine Straftaten. Ich hab schon eine Weile nicht mehr geklaut, ne? Oh, hier sind... Bist du doof? Du bist doch in mich reingelaufen. Die Hälfte der Bremer Stadtmusikanten ist auch im Ort. Wir haben Hühnchen, Katze, Esel, irgendein Tier fehlt noch, ne? Waren das nicht vier? Ein Bremer Stadtmusikanten. Ein Huhn, ein Esel, Katze, war noch ein Hund dabei. Händler? 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 Oh, äh... Ist das deine Frau, die da so auf dem Boden liegt und schläft? Frieden, Zadig. Wir machen's ja wieder gut, ne? Oh, oh. Ja, und seine coolen Moves. Nehmen wir gleich drei Stück. Glückweise Wahl. Und... Da haben wir gar nichts mehr von. Kann ich sonst noch behilflich sein? Ne, das wär's. Dankeschön. Ich gehe dann mal. Gute Reise. Und das Geld deiner Frau hab ich dir ja theoretisch wiedergegeben, ne? Also, ja. So nimmt alles, das ist... Das ist ein Kreislauf des Gebens und Nebens. Ich nehme es von seiner Frau und gebe es dem Mann wieder. So, hier hätten wir auch noch einen Händler gehabt. Der ist sogar dichter dran, ne? Hm. Der wurde mir, glaube ich, gar nicht angezeigt. Gut, wir kommen jetzt... Jetzt kommen wir ja von der anderen Seite. Boah. Wir werden mal wieder reinkommen da in dieses Gebäude. Ich würde vielleicht versuchen, direkt hier vorne reinzugehen. Das ist die falsche Mauer, ne? Ja. Wir haben noch ein paar Meter vor uns. Das war die falsche Mauer. Das sind die falschen Soldaten. Es gibt es heute nicht so viele Mücken. Ja, Mücken sind lästig, ne? Ein Glück haben wir bald Weihnachten. Da gibt es keine Mücken. So. Ja, 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 ja. Ich wollte mich jetzt auch nicht mit dir anlegen. So, ich will mal schauen, dass wir an diese Kiste kommen, ohne groß Aufmerksamkeit zu erregen. Okay, wir haben den. Kommt der Flammenwerfertyp? Nein, 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 nein. Machen wir nicht. Ach, das ist kein Flammenwerfer. Das ist hier so ein großer. Wieso dürfen da oben wieder... Sind das Bauarbeiter? Dass die da oben sitzen dürfen? Ich weiß nicht, was soll das sein? Hobelt der was? Ja, der hobelt sich erstmal ordentlich ein, ne? Ja, man weiß es nicht genau. So. Diese Stelle musste leider zensiert werden. Okay, jetzt müssen auch die beiden da hinten weg. Wir locken uns die einfach mal nach und nach vor, ne? Weil wir haben ja noch mehr vor. Natürlich hat das ein Zivilist gesehen. Keine der Wachen, aber ein Zivilist. Ja, versuch's doch mit dieses Mal. Boah, das halte ich schon eine Weile durch. Ich habe noch das Blasrohr ausgewählt. Zeig doch mal die Schnauze. Du bist so eine Pätze. Du bist dieser Typ, der einfach so durch die Straßen läuft und Falschparker anzeigt. Einfach nur, weil er Langeweile hat. Okay, kriegen wir den da vorne? Wobei, der kann ja gar nichts sehen, ne? Wenn ich jetzt von der anderen Seite zu der Kiste gehe, da ist doch eine Wand zwischen. Dann müssten wir nur noch den hier vorne und eventuell den am Eingang wegnehmen. Ah, er kommt nicht rum. Sagen wir mal. Waffen blank. Wir haben Gesellschaft. Ja. Sehr schön. Kommt gleich wieder. Alarm, ruft die Waffen. Er hat einen Mann umgebracht. Allzu weit habe ich mich jetzt nicht verändert vom Aussehen. Das ist so dolle. Wo ist denn hier die Kiste? Bin ich in der Falle? Ach, die ist auf der Seite. So. Den werden wir auch nicht töten, damit die da nicht wieder anfangen rumzuheulen. Ich führe ein recht gutes Leben. Ich bin mir sicher, dass ich mit mehr Spaß genauso viel Geld habe, wie ihr mit harter Arbeit. Ich meine, mein Job ist ja quasi abwechslungsreich, ne? Mal hier ein Mord, da ein Mord. Hier ein bisschen rumlaufen, da ein bisschen rumlaufen. Die eine Kasse klauen, die andere Kasse klauen. War nicht nötig, wollte ich trotzdem tun. Jetzt brauchen wir einen Weg nach oben. Am besten wieder hinten lang. So. Damit wir uns diese große Kiste erstmal holen. Okay. Klar, die ganzen Wachen spawnen nach, aber die Hilfsmittelkiste, die bleibt leer. Vielleicht jetzt auch wieder. Äh. Sieht der das auf der anderen Seite des Kranes, wenn ich ihn hier weghole? Ach, glücklicherweise nicht. Okay. Ach, da. Gott. Da ist der. Ich dachte, der wäre auf der anderen Seite vom Kran. Da habe ich aber Glück gehabt. Einfach mal so direkt daneben so einen Mord begangen. Er kriegt es nicht mit. Okay. Na ja. Wo haben wir denn noch einen weiter? Hier drinnen ist die Kiste, ne? Das heißt, die Tür können wir hier nicht öffnen. Gehe ich von aus? Ne. Dann müssen wir da irgendwie hochkommen. Hier sind überall Stacheln dran, ne? Hier wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, da können wir nicht hochklettern. Hm. Das einzige Problem ist, wir haben dahinter die Wache. Der müsste sich gleich wieder umdrehen. Hier, warte mal. So. Sicher ist sicher. Ja. 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 Petzt doch. Ja. Dir geht es nicht so gut, ne? Ja. Das ist so cool mit dem Vergiften. Gut. Also den Schrank bewegen. Wo stellen wir den denn hin? Hm. Und jetzt? Haben die gerade einen Toten gesehen? Ich möchte jetzt ungern mit dem kämpfen. Äh. Ja. Ich komme hier nicht höher. Ja. Hättest du sehen können. Hast du aber nicht. Verbesserungsplan durch des Abasinenritters. Herrlich, oder? Ist das nicht ein schönes Gefühl? Gut. Und jetzt hatten wir noch eine Kiste auf einem Balkon. Wo ist dieser Balkon? Können wir Enkidu einmal rufen? Ja, ne? Der durfte ja eben auch hier lang fliegen. War das nicht hier vorne? Da. Auf dem Balkon müssen wir hin. Das heißt, wir könnten der Mauer folgen. Ihn wegnehmen. Den gehen wir hier einfach durch. Müssen wir nur den und den wegnehmen. Und dann müssten wir eigentlich unbemerkt zu der Kiste kommen. Äh. Und die beiden vielleicht noch. So. So. Hier war keiner weiter. Das ist nur der eine. Und der da hinten. Theoretisch können wir den doch eigentlich leben lassen. Der sieht uns ja trotzdem nicht. Theoretisch müssen wir den auch umbringen. Weil der uns ja auch sehen kann. So. Oh, das Messer hole ich mir aber wieder. Hallo. Im Vorbeigehen. Okay. Hier ist auch nichts mehr drin. Äh. Ein, zwei. Einer war hier, ne? Äh. Nein. Oh. Oh, nein. Huh. Mal, ich. Oh, die haben irgendeine Leiche gefunden. Da hinten. Hä? Wo kommt er denn her? Ist das der zweite von da oben? Hat der das gesehen? Hat der das gesehen? Oh, der ist nicht gut. Ich würde... Ich würde den gern wegnehmen, bevor der hier irgendwie Alarm schlägt. Oh. Ein Glück. Er hat nichts gesehen. Haha. Ich dachte schon. Aber die Befragung hat er gegeben. Hat er nicht mitbekommen. So. Zack. Und zack. Oh, und da ist nichts drin, ne? Wer hat mich jetzt gesehen? Irgendwer war doch hier eben. Ja. Ey. Der General. Doch, hier ist doch was drin. So. Damit haben wir alle Kisten und können zu Full Art. Ja, herrlich. Mal einfach durch den Hauptausgang rausgehen. Haben wir ja letztes Mal auch gemacht, ne? Als wir mit Ali hier rumgeschissen sind. Umstolziert sind. Und wechseln wir. Welche Aushänge? Was? Oh, nein. Ich habe ja wieder Fahndungslevel 2. Entschuldigung. Darf ich mal? Danke. Ja, ja. Ich habe es eilig. Plakat. Oh, nein. Weg, weg. Du hast einen Zivilisten. Ja, ich weiß. Kollateralschaden, ne? Aber er hat schon wieder einen Zivilisten gemässert. Alter. Dem Typen darfst du eigentlich kein Schwert geben, ne? Das haben sie davon, dass die mich immer verpetzen. Das ist der Dank der Wachen. So, eins. Wir halten uns mal so ein bisschen in der Nähe des Bruderschaftshauses auf. Mal gucken, ob wir hier Plakate finden. Dann brauchen wir anschließend nicht so weit laufen. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Ich habe woanders hingeguckt. Da ist ein Plakat. Basis, wir müssen wieder runter. Es tut mir leid. Wunderbar. Jetzt noch abhängen und dann haben wir es geschafft. Das ist nur, das ist nur ein... Ich dachte gerade, da steht so ein Hauptenwachen. So. Hallo, Kinder. Darf ich mal? Das hat ja gar keine Kinder. Hallo. Gut, wir gehen hier lang. So, das Bruderschaftshaus. Wo sind wir denn da? Äh... Gleich hier um die Ecke. Ja, ja. Viel Glück dabei. War hier nicht ein Weg... Ah, hier. So. Hulat. Rein in die Dunkelkammer. Wenn man vom Kater spricht, kommt er. Und da ist er. Komm leise, geh leise. Kater, Pink. Löwe. Ich bin alles. Alles und nichts. Scheiße. Und alle, die davon hören, hören von mir. Ich bedauere, dass wir Bessie nicht retten konnten. Er war sehr tapfer. Schon jetzt erzählt man sich in ganz Bagdad von ihm. Mit seinem Tod befreit er mehr als in seinem ganzen Leben. Freiheit hat ihren Preis. Die Frage ist nur, ob wir ihn auch zahlen. Bessie tat es mit Stolz. Ich habe viel zu tun. Ich würde euch Frieden wünschen. Aber wir wissen, dass das nicht euer Schicksal ist. Oder meins. Ich fürchte, Ali hat recht. Nichts wird diesen Aufstand jetzt noch aufhalten. Vielleicht ist es besser so. Was er sagt... In der Garnison sahen wir Wasif mit Stadthalter Mohammed ibn Tahir streiten. Mohammed? Merkwürdig. Ich werde ihn im Auge behalten. Wir sehen uns später. Wenn du Fulat nicht möchtest, dass dieser Aufstand überhaupt existiert, warum helfen wir Ali? Hm? Hm? Eine Antwort drauf. Ruhig, Basim. Ich bin da. Woher weißt du, wo ich bin? Wasim? Mach langsam. Ich darf sie nicht warten lassen. Ist dein Gefährten eigentlich bewusst, dass ihr Jäger im Schlaf selbst gejagt wird? Wenn er nur im Schlaf käme, könnte ich es ertragen. Aber er folgte mir, als ich aus El Anbar floh. Und nun kommt er auch, wenn ich meine Ziele töte. Wie aus dem Palast. Wie aus dem Palast. Mit den Masken. Leben könnten sie Antworten geben. Ich jage meine Feinde. Ich breche nicht das Brot mit ihnen. Ich habe einen Eid geschworen. Wie kannst du jagen, wenn du gehetzt wirst? Wer ohne Last im Dunkel wandelt, kann dem Licht besser dienen. Ich halte meine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Nicht vom Orden der Ältesten. Wenn du deine Feinde nicht fragen willst, was in der Truhe war, dann frag deine Freunde. Und warum sie danach suchten. Hm. Nihal hat ja eigentlich recht, ne? Sie hat ja eigentlich recht. Muss ich ehrlich sagen. Ne, man könnte ja auch die Verbündeten fragen. Aber, wir haben auch ziemlich viel falschen Stolz. Also, können wir uns das natürlich nicht gefallen lassen, ne? Äh, da. So, reisen wir mal hin. Wie viele Scherben haben wir eigentlich? Siehste, ich würde zu gern... Wir müssten eigentlich mal zu, ähm... Ah... Wie hieß dieser Ort mit dieser Kammer? Äh, steht hier gar nicht, ne? Duakalypso... Duakalypso... Kaligalizu... Duakalypso... 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 Wir müssen mal zu Duakalypso... Der geheimen Höhle... Unterm Teich, äh... Und gucken, wie viele Scherben haben wir eigentlich? Können wir uns die ganzen Rüstungen schon holen? Obwohl... Wir können ja auch nachgucken, rein theoretisch, wenn wir bei Nachforschung in die Hall anklicken. Dann müssen wir kurz warten. Okay, warte mal, ich... Klick mal folgen. Haben wir jetzt eine Anzeige? Neun von zehn. Eine Scherbe fehlt noch. Eine Scherbe. Ja, die Frage ist, wo, ne? Ich glaube, da, wo ich gerade hergekommen bin, ähm... Da haben wir... Noch keine Scherbe gesammelt, oder? Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Wir sollten da bei Gelegenheit nochmal durch den Ort gehen. Und hier müssen wir halt gucken, ne? Also, wenn wir die durch Zufall doch hier irgendwo unterwegs treffen, dann... Nehmen wir uns die natürlich. Oh. Du kommst reichlich spät? Oh, Schan. Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann. Du siehst müde aus. Ein kleines Abenteuer hilft mir schnell wieder auf die Beine. Gibt es Neuigkeiten? Mali findet, es sei an der Zeit, den Palast anzugreifen. Die Spitzel sind abgelenkt und das Volk gespalten. Inwiefern? Einige behaupten, der neue Kalif hätte den Thron von Abu Abdullah ibn al-Mutawakil gestohlen. Was weißt du über ihn? Wenig. Er war im Palast in der Nacht, als sein Vater... ...in der Nacht, als ich in diese Truhe griff. Meisterin. Konnten wir inzwischen mehr über den Gegenstand darin erfahren? Warum fragst du? Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim. Störe ich gerade? Nein. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Natürlich. Abu Abdullah. Rivka sagt, du hättest seine Mutter Kabirah getroffen? Ja. Sie könnte an der Spitze des Ordens stehen. Sie oder die Dichterin Arib. Oder Stadthalter Muhammad. Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Muhammad ibn Tahir. Seine Vätern verwalten das Land, auf dem sich Alamut befindet. Ihr Schutz ist das Einzige, was unsere Feinde fernhält. Ich schnitt dem Feind die Beine vom Leibmeisterin. Lass mich zuschlagen, solange die Stümpfe noch bluten. Ich demaskiere ihn und finde heraus, was er will. Basim hat recht. Wir müssen schnell handeln. Gehe zur runden Stadt. Spähe alle drei aus, doch schreite nicht zur Tat. Erstatte mir auf dem Haus des Geheimsiegels Bericht. Okay, das heißt, wir müssen jetzt alle drei aufsuchen, Beweise finden. Also Beweise finden, wer von den dreien der Übeltäter ist. Und dann haben wir die Spitze des, also den Kopf der Schlange. Richterinnen, Politiker und Konkubine. Bald werde ich wissen, wer von ihnen die Maske trägt. Okay, also Muhammad ist unter Verdacht. Wen haben wir denn zuerst hier in der Nähe? Können wir das sehen? Nachforschung? Ich finde Muhammad irgendwo in der runden Stadt. Kaviar. Okay, alle in der runden Stadt. Sehr schön. Dann gehen wir von oben nach unten, ne? Machen wir das in der Reihenfolge. So, wie weit haben wir denn? 213 Meter. Das ist ja gleich um die Ecke. Wieso habe ich hier so ein Sprach-Dings-Symbol? Achso, und den Dolch verbessern. Ja. Sag mal, geht das nicht hier in dem Bruderschaftshaus? So. Klar, Moment. Ich kann mit Foulard sprechen, aber erst mal kommt er hier dran. Willkommen, willkommen. So. Hilfsmittel verbessern oder zurücksetzen. Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. Und zwar... Ist es hier mit bei? Genau, das meinte ich. Das möchte ich gern haben. Ja, ich möchte das da. Das da. Das möchte ich haben. So. Gut. Können wir den auch weiter verbessern? Ja. Und zwar... Wolkeneinschlag wäre nicht schlecht. Tödliche Dosis. Würde ich auch ganz cool finden. Weil ich töte die ja letztendlich doch immer. Ja. Ja. So. Nehmen wir das. Modifikation. Das ist bestimmt auch lustig. Das könnte uns helfen. Sonst hätten wir noch tiefer Schlummer. Gut. Der würde endlos schlafen. Aber ich glaube, das hier wäre echt witziger. Das ist das nämlich. So. Die haben wir alle noch nicht freigeschaltet. Haben wir denn die Möglichkeit? Freischaltbare Hilfsmittel. Null. War's das? Ja. Ups. Das war's. Bemerkenswert. Meinen größten Dank. Bis bald. So. Mit Foulard möchte ich jetzt noch nicht sprechen. Ich will erst mal die Beweise der Leute da sammeln. Außer er kann mir vielleicht einen Tipp geben, wo die sind. Warte mal. Das ist ja, glaube ich, erst seitdem ich die Mission ausgewählt habe, ne? Foulard. Mein Fundort von Fakten. Mein Ausschank der Antworten. Womit kann ich dir helfen, Basim? Aha. Wer war jetzt ganz oben? Ich glaube, der Stadthalter, ne? Erzähle mir vom Stadthalter. Ich sah, wie er Wasifat-Turki Befehle erteilte. Muhammad ist einer der Tahirian. Mächtige Vizekönige der Kalifen in Persien. Er verwaltet ganz Bagdad von seinem Sitz am Gericht aus. Weitere Fragen? Ne, das war es erst mal. Ich danke dir, Foulard. Das hilft vielleicht schon mal, die Region einzuschränken. So. Äh, ändert sich nichts an den Metern. Wir haben hier auch noch die Scherbe. Die müssen wir uns holen. Das machen wir jetzt. Autsch. Dann haben wir alle Scherben zusammen und dann würde ich mir die Rüstung aus der Höhle holen. So. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. Entschuldigung. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kampen bald rüften können. Ich sollte eine Verwendung für all diese Scherben finden. Das hat keiner gesehen, oder? Moin! Äh, den Jungs geht's nicht gut. Bauchschmerzen, weißt du? Ja, ja. Ja, wir haben zu viel Schokoladenpudding gegessen. Wir leben. Irgendwo. Abwehren, oder? Warte mal, was mit besser zeichnen? Welche Zeichnung? Du redest von der Zeichnung. Du bist das, oder? Hast du nicht gesprochen, eben, von der Zeichnung? Hier muss irgendwo ein Plakat sein. Äh. Hast du ein Plakat in der Tasche? Sie hat zweimal von dem Plakat geredet. Aber selbstredend finde ich es nicht. Natürlich finde ich es nicht. Entschuldigung, die Herren Wachen. Haben Sie ein Plakat von einem mächtig gut aussehenden Mann gesehen? Ah, dankeschön. Am besten bleibe ich im Schatten. So. Noch einen kleinen Happen. Ja, ja. Ich wollte das nur mitnehmen. Hihi, daneben. So. Ich bin fast straffrei. Leute, bitte. Keine Gewalt. Diese Spannungsmusik finde ich irgendwie geil. So. Auf der anderen Seite der Mauer. Allerdings sind wir schon wieder bei 38 Minuten. Hm. Okay. Ich hoffe, ihr habt mit dem Vorweihnachtsstress nicht noch zu viel zu tun. Zu viel Stress. Genießt den Tag noch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020